Willkommen zurück zu Limbo. Wir waren hier an dieser Stelle mit dieser Leiter und ja, wir müssen halt irgendwie das perfekte Timing finden, um da irgendwie nach da oben raufzukommen. Nein. Ich weiß da ja nicht mehr, wie das Timing ist, deswegen müssen wir ein bisschen probieren. Mal für war das scheiße. Also nochmal. Oder warte. Ich glaube, das war hier vorne in der Ecke, das gestartet ist. Und irgendwie kommt mir das Sound ein bisschen zu laut vor. Sieht wahrscheinlich daran, dass meine Schwester hier... Nein, wir müssen da starten. Jetzt warten wir mal. Jetzt wieder. Auch zu spät. Hm. Hier halt, ist hier halt einfach eine Timing-Sache. Da müssen wir ein bisschen... Müssen wir halt einfach ein bisschen teilen. Und an den Hebel. Ich hab den Wagen doch da hingezogen. Ach ja, der speichert das ja nicht mit. Na toll. Also den Wagen doch hier hinziehen. Lalalala, kennen wir ja nicht schon. So. Also wieder rauf. Und warten, bis man wieder zurückkommt. So. Und rauf. Und weiter geht's. Rüberspringen. Und weiter geht's. Und rauf. Und rauf. Tschut, tschut. Was? Alles. Wie? Was ist das? Also. Was ist das? Das ist das, was ich nicht erwartets. Hología. Was ist das? Das ist das. Was ist das? Was ist das? Ich frag mich grad, wie das nochmal ging. Ähm, LOL. Zu weit. Nochmal. Wie ging das hier nochmal? Wie ging das hier? Ich glaub, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. SPRING! So... Oh, ich hör kaum was. Ich hoffe, ihr hört was. Also, hoffentlich hört ihr mich wenigstens. Nein, ich bin tot. Stein! Ich war's nicht! Bitte zerdrück mich nicht! Sag doch bitte nicht! So... Den Sprung schafft man auf jeden Fall so. So! Die Kiste! Äh... Auch wenn ich kaum was sehe. Aber wir können jetzt bedenkenlos rüberklettern. Die Kiste hier runterschmeißen. Und drauf landen und weiter gehen. Oh ja! Kurz was getrunken. Ich... Ich wollte dich nicht. Ich wollte das Ding hier. Jetzt müssen wir rüber... Springen! Ach! Wir müssen nämlich das Geschütz unter uns kaputt machen. Warum? Warum ist das verständlich, oder? Damit es nicht schießen kann. Weil es sorgt ja dafür, dass wir grad nicht weiterlaufen können. So, Pinne. Jetzt können wir weiter. Eigentlich bräuchte es nur zwei. Aber ich hab mich unungeschickt angestellt. Irgendwie, glaub ich. Aber egal. Ist kaputt. Eine Leiter! Eine Leiter! Komm nicht dran! Zwei Küsten. Und das Rätsel war schwer. Mal. Uh! Gravitation an. Gravitation aus. So einfach. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau wie das war. Weil das Rätsel war echt... schon ein bisschen schwer. Hatte das irgendwas mit dem... Ding hier zu tun? Oh ja. Jetzt hab ich das Rätsel schon gelöst. Wow! Boah, das war... Boah. Das war so schwer. Okay, ich hab mich dann damals nur so dumm angestellt. Ich mich noch erinnert, dass ich da irgendwie Sachen gestapelt habe. Und so. Aber ne, gut. Ist doch schön. So. Was hab ich denn in der Leiter? Hier. Ähm. Die Leiter brauchen wir... Wofür brauchen wir die Leiter nochmal? Boah. Also hier erklärt es sich nicht. Ach genau, ich glaub... Ich könnte hier einfach mal den Knopf drücken, oder? Mal gucken was passiert. Mal gucken was passiert. So. Genau, ich musste das Teil... ... damit drauf kriegen. Aber wie ging das nochmal da rauf? Beziehungsweise andere Frage. Wie komm ich da rauf? So. Ah, die Kiste kommt hier mitte hoch. Gut. Nicht aufm Kopf fallen... Aufm Kopf fallen macht Aue. Ja, dann machst du die Kiste hier hin... So. Und dann ist man drauf gesprungen. So. Oder... Und da... Von... Darüber gesprungen. Gut. Dann... Ziehen wir jetzt mal hoch. Jetzt haben wir die Kiste oben verschoben. Vermutlich. So. Und hoch. Ne, die Kiste steht da noch. Perfekt. Und... Rauf. So. Perfekt. Viere sind weiter. Einmal kurz wieder einen Schluck trinken. Ist wichtig, also... Trinken. So. Und... Aufs Dach drauf und... Clean. So. Und ich glaub die Kiste brauchten wir dann. Hey. Ich glaub die Kiste brauchten wir da. Für... Hier haben wir einen Knopf. Knöpfe sind zum Drücken da. Ok. Nein Nein Nochmal Tada Neue Kiste Die muss hier hin Die bleibt da auch erstmal Komm mit Kiste Schutt 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 Ach schön Und hier hochklettern Hi Kiste Irgendwie hier so Und jetzt müssen wir wieder zurücklaufen Aber an der Decke Weil jetzt ist da die andere Kiste Nichts denn nämlich von meinem Hang Jetzt runtergerutscht Also wenn man das jetzt halt auf den Kopf stellt So So Jetzt kommt es auf Timing an Und jetzt ist das ein bisschen Ich bin jetzt nicht mehr da Ich bin jetzt auf Timing an Das ist es Ich bin jetzt Ich bin jetzt Ich bin jetzt